Wenn du den Terrorist, Saulus, anschaust, kannst du den Apostel Paulus sehen, weil du siehst mit den Augen der Liebe, es verändert alles. Wenn du seine Stimme hörst, bist du prophetisch. Wenn du seine Liebe spürst, veränderst du die Umgebung. Weil seine vollkommene Liebe alle Angst austrägt. Hört mir zu. Wir haben kein Dunkelheitsproblem in der Schweiz. Wir haben keinen Mangel an Licht. Wir haben kein Angstproblem in der Schweiz, sondern einen Mangel an Liebe. Weil die vollkommene Liebe immer Angst austrägt. Das war Mangel an der Schweiz. Vielen Dank.